Toni, give it up. Ich hatte mal einen Vorschrumpf, halt und spittete ihn aus. Ich küsste ihn danach und es entwickelte sich daraus. Ein sehr reicher Sprechseiger mit Goldkette und Platyzen. Doch der Typ war weg und scheiße, musste mit ihm baden gehen. Trug ihm dann Betonkschu an, er dachte sich natürlich nichts. Wenn er nicht gestorben ist, entwickelte er sich wohl zurück. Die Moral von der Geschichte ist die Moral. Pass auf, was oder wen du küsst? Ja, pass auf, was oder wen du küsst? Ja, pass auf, ja, pass auf, was oder wen du küsst? Ja, pass auf, was oder wen du küsst? Ja, pass auf, ja, pass auf. Ich küsste mal einen Roboter, da war ich noch ein Kind. Das Ding fing an allein zu denken, suchte immer nach nem Sinn. Wollte dann die Welt beherrschen, ich dachte, what the fuck, der spinnt. Musste sofort handeln, doch wie krieg ich das so hin? Fragte alle, die ich kannte von der Kita bis zur Tanke, doch sie schüttelten den Kopf. Ich fragte diesen Hitler, 2.0, denn was ist Liebe? Dann fing er an zu explodieren. Pass auf, was oder wen du küsst? Ja, pass auf, was oder wen du küsst? Ja, pass auf, ja, pass auf, was oder wen du küsst? Ja, pass auf, ja, pass auf, was oder wen du küsst? Ja, pass auf, was oder wen du küsst? Ja, pass auf, was oder wen du küsst? Ja, pass auf, ja, pass auf, was oder wen du küsst? Ja, pass auf, denn es kommt zu dir zurück. Ja, pass auf, was oder wen du küsst? 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 Ja, pass auf, wenn es kommt, wenn es kommt, wenn es kommt zu dir zurück. 1, 2, 3 Ja, pass auf 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 Ja, pass auf